Wenn ich hier sitze und warte, habe ich immer die Nachbarn ordentlich unter Kontrolle. Na ja, der Mann, 80 Kühe, die erkennt man nur, oder? Das würde ich auch bei 80 Frauen schaffen. Die Brust ist auch bei der Frau verschieden. Es gibt keine Brust, die gleich ist. Müsste ich auch morgens und abends mal streicheln. Für ein Jahr lang, dann würde ich die auch erkennen. Dann würde ich die auch erkennen. Wie viele Tausend waren da letztes Jahr? 60? 60.000? Es gibt ja wohl auch Gruppen und Leute in der Welt, die die Musik mögen wohl. Ich weiß das nicht. Diese Metallmusik, das ist ja unser Fall, ist das ja nun gar nicht. Man sieht auch immer wieder in den Kollegen, das ist ja auch hier. Pleasure Town! Pleasure Town! Fucker! I hate no way! I love being here in Germany! That's how it makes fun, isn't it? I'm going to drink a cigarette. Yeah.